In diesem Video zeige ich dir, wie das Marketing-Button-Widget von Ultimate Add-ons for Elementor funktioniert, was diese Buttons besonders macht und wie du sie zum Beispiel einsetzen kannst. Ultimate Add-ons ist meine Lieblingserweiterung für Elementor. Ich verlinke dir hier oben mal meine Review, die kannst du dir anschauen, falls du das Plugin noch nicht kennst und den Link findest du natürlich unten in der Beschreibung. Und jetzt schauen wir uns eben mal die Marketing-Buttons genau an. Das Besondere an diesen Buttons ist, dass du nicht nur den normalen Button-Text einfügen kannst, sondern hier auch noch eine zweite Zeile hast, in die du weiteren Text hinzufügen kannst. Das kannst du dann wie jetzt hier gerade super nutzen, um einfach noch weitere Infos anzuzeigen oder zum Beispiel auch ein bestimmtes Datum, bis wann ein Angebot gültig ist. Oder natürlich auch was ganz anderes. Für Rabattcodes ist es auch super geeignet. Du bist hier natürlich komplett flexibel, aber für Angebote und Deals ist das Ganze natürlich besonders geeignet und das unterscheidet eben den Marketing-Button von den ganz normalen Buttons. Was mir besonders gut gefällt, ist so eine Kombination hier aus zwei Buttons und ich zeige dir jetzt mal, wie du genau sowas hier mit Ultimate-Add-ons erstellen kannst. Wenn du das Widget in Elementor reinziehst, dann sieht das Ganze erstmal so aus. Ne, falsch. So. So sieht das Ganze aus. Ich habe jetzt hier schon mal so einen inneren Abschnitt hinzugefügt, um dann gleich zwei dieser Buttons nebeneinander anzeigen zu können. Hier ist dann jetzt schon etwas Beispiel-Text eingefügt, den wir jetzt im ersten Schritt mal anpassen. Der Titel mit 20% Rabatt sichern und dann kann man hier, wie gesagt, super gut den Rabattcode einfügen. So. Du siehst, diese Beschreibung hier wird auch direkt erstmal so formatiert, dass es wie ein Untertitel aussieht, aber das Styling kannst du natürlich komplett individuell gestalten. Unter Inhalt kannst du jetzt erstmal noch den Link hier natürlich einfügen und dann das Icon auswählen. Da wählen wir jetzt mal hier dieses Card-Icon, das hier natürlich sehr gut passt. Für die Position hast du jetzt mehrere Optionen. Du kannst es hier vor dem Titel machen oder danach oder quasi so mittig, also vor sowohl dem Titel als auch der Beschreibung. Bleiben wir hier mal bei vor dem Titel. Dann kannst du hier natürlich auch noch die Größe anpassen und hier beim Spacing den Abstand zwischen Icon und Titel. Kommen wir als nächstes zum Styling. Hier hast du als erstes die Ausrichtung. Da wir jetzt hier zwei Buttons nebeneinander erstellen wollen, macht es Sinn, diesen hier dann jetzt rechtsbündig anzuzeigen. Dann kannst du jetzt hier eine der vorausgewählten Größen anzeigen, macht aber hier meiner Meinung nach nur bedingt Sinn, denn du kannst es über die Schriftgrößen und das Padding lieber individuell gestalten. Und das Padding kommt dann nämlich hier auch direkt als nächstes. Das ist also der Innenabstand zwischen den Inhalten und dem Rand des Buttons. Machen wir mal so 20 und dann kommen die Farben. Als erstes die Textfarbe kannst du individuell wählen oder hier über deine Global Colors in Elementor. Das setze ich jetzt hier einfach mal auf Weiß. Dann den Hintergrund, den kannst du einfach einfarbig machen, so wie das jetzt hier ist. Das ist quasi einfach meine vorausgewählte Farbe hier auf der Seite. Aber du kannst auch hier natürlich wieder jede beliebige Farbe auswählen. Du könntest ein Bild hinzufügen oder du kannst auch einen Verlauf wählen. Hier ist es dann in Elementor standardmäßig so, dass das hier quasi immer die zweite Farbe ist und die erste Farbe kannst du dann hier, musst du als erstes noch festlegen, bevor dann der Verlauf auch wirklich angezeigt wird. Ich nehme jetzt hier mal so ein Blau und sobald ich das eingefügt habe, wird dann hier dieser Verlauf auch angezeigt. Du kannst dann hier die Position des Verlaufs noch wählen, also das hier so ein bisschen verschieben. Und die Art, hier ist jetzt linear voreingestellt, radial, sähe dann so aus, dass der Verlauf quasi von innen nach außen geht. Und du kannst hier noch den Winkel festlegen, also ob das Ganze wirklich von oben nach unten gehen soll oder wenn du es hier zum Beispiel so einstellst bei 90 Grad, dann geht der Verlauf halt von links nach rechts. Genau, also da bist du ganz flexibel. Ich glaube, ich mache das jetzt hier mal so ein bisschen schräg. Und die Schrift, genau, die ist weiß, das passt auf jeden Fall gut. Und da musst du natürlich immer darauf achten, dass das halt irgendwie gut passt und es auch wirklich gut lesbar ist. Genau, Rahmen möchte ich hier keinen, aber dafür die Ecken noch ein bisschen abrunden. Machen wir das mal so auf 25. Ne, das ist eigentlich schon zu viel. Machen wir mal 15. Ja, ich glaube, das finde ich besser. Dann könntest du einen Box-Schatten hinzufügen, um den Button noch mehr hervorzuheben. Und die letzte Option ist jetzt eine Flare-Animation. Was es ist, zeige ich dir. Wenn du das nämlich aktivierst, dann siehst du sofort, da wird nämlich hier so eine Animation dann hinzugefügt. Finde ich persönlich ein bisschen sehr krass, aber wenn du möchtest, dann kannst du das hier natürlich aktivieren, um dann zum Beispiel einen der beiden Buttons auch noch mal ein bisschen mehr hervorzuheben. Okay, das waren die Styling-Einstellungen für den Button an sich. Jetzt kommen wir noch zum Content. Das sind jetzt vor allem die Optionen für die Schrift. Also du kannst hier die Ausrichtung festlegen und dann zum Beispiel auch unterschiedliche Schriftarten für Titel und Beschreibung wählen. Das heißt, ich könnte das jetzt mal hier ändern. Genau, dann sähe das Ganze so aus. Dann kannst du die Größe natürlich auch noch entsprechend anpassen. Und genau, das ist auch das, was ich gerade meinte. Also je nach Schriftgröße passt sich hier natürlich auch die Größe des Buttons selber dann noch an. Und dann kannst du hier als letztes noch den Abstand zwischen Titel und Beschreibung verändern. Genau, machen wir das mal so auf 13. Okay, das ist jetzt also unser erster Button. Und jetzt wollen wir noch einen zweiten hinzufügen, der zum Beispiel eine zweite Variante des Angebots hinzufügt. Hier im Beispiel war das eine jetzt ein Buch und das andere war ein PDF, also die E-Book-Version davon. Am meisten macht es dann grundsätzlich Sinn, den erstellten Button einfach einmal hier zu duplizieren und dann hier in die zweite Spalte reinzuziehen. Da passen wir jetzt als erstes auch mal wieder den Titel an. Das wäre dann jetzt ein PDF-Download und die Beschreibung hier das E-Book herunterladen. Genau, hier dann auch auf jeden Fall daran denken, den Link auszutauschen, wenn das ein anderer ist. Als Icon nehme ich dann jetzt hier auch mal das PDF-Symbol und ich glaube, das hätte ich jetzt gerne noch ein bisschen größer. Ja, ich glaube, so passt das ganz gut. Dann das Spacing bleibt gleich. Unter Stil dann natürlich als erstes mal die Ausrichtung nach links ändern, damit es wirklich nebeneinander angezeigt wird. Bei den Farben stelle ich jetzt mal die Schrift wieder auf schwarz. Unter Hover hätte ich jetzt allerdings gerne die Schriftart auf dem Blau, was ich hier in dem anderen Button als Verlauf drin habe. Dann den Hintergrund hätte ich gerne einfach komplett weiß. Und dann brauche ich jetzt hier aber auf jeden Fall einen Rahmen. Und zwar einen durchgezogenen, ja, mache ich mal so auf Stärke 2. Der soll aber auch schwarz sein. Damit die Buttons jetzt nicht unterschiedlich groß sind, nehme ich jetzt hier die zwei Pixel, die ich quasi beim Rahmen drin habe, nehme ich einfach hier beim Padding wieder raus. Dann, genau, sind die nämlich gleich groß, denn der Rahmen fügt ja quasi immer nochmal Pixel hinzu und ja, das sieht dann einfach ein bisschen ungleich aus. So, und dann muss ich jetzt aber auch noch die Rahmenfarbe hier beim H-Warn einstellen. Genau, hier nehme ich auch einmal das Blau und dann, wenn ich hier drüber gehe, dann wird das Ganze blau angezeigt. Okay, die Styling-Einstellungen hier vom Content bleiben gleich. Fertig sind also unsere beiden Marketing-Buttons. Du kannst das Widget, wie gesagt, super flexibel einsetzen und es sieht natürlich auch mobil gut aus. Das kannst du dir hier unten in der Responsive-Ansicht einmal anschauen. Genau, hier würde ich dann auf jeden Fall die Ausrichtung noch auf zentriert setzen. So, dann werden sie auch wirklich untereinander angezeigt. Du siehst, so kannst du mit Ultimate-Add-ons hier deine Marketing-Buttons erstellen. Wenn du dir Ultimate-Add-ons for Elementor jetzt auch zulegen möchtest, dann geh einfach auf online-toolkiste.de oder klick unten in der Beschreibung auf den ersten Link. Wenn du noch Fragen zum Plugin hast, schreib sie sehr gerne in die Kommentare oder schau hier in der Playlist vorbei, um die ganzen anderen ebenfalls sehr coolen Widgets noch in Aktion zu sehen.